Servus, servus liebe Leute, wie geht's, wie geht es dir, wie geht es Ihnen, nein, wie geht es euch, wie geht es euch, das ist mein erstes Video auf Deutsch hier auf YouTube, so, wenn Sie meinen Kanal, meinen Channel kennen, dann wissen Sie, dass ich, das was ich wirklich, wirklich gern habe, sind die Sprachen, so, ich mag Sprachen lernen und so, ich bin, ich komme aus Polen, so, meine Muttersprache ist Polnisch, aber ich habe auch Englisch gelernt und ich denke, dass ich kenne, so von Fremdsprachen, Englisch kenne ich am besten, das ist die Sprache, die ich am besten kenne, aber auch habe ich viel Deutsch gelernt und vielleicht Deutsch ist am zweiten Platz, natürlich, ja, leider, leider klinge ich nicht so gut wie ein Muttersprachler, aber, aber ich lerne, aber ich lerne und solche Videos, solche Videos, es ist auch ein, ein Weg mit, so, ich will auch mich, mich in solchen Situationen haben, wo ich Deutsch benutzen muss und dann vielleicht ist es nicht so einfach, wenn ich nur mit einem Lehrer oder einer Lehrerin spreche, so, ich habe zwei tolle Lehrer, eine Lehrerin, die aus Polen kommt und eine, einen Lehrer, der ein Österreicher ist und es ist super toll, sie helfen mir viel, viel und hier jetzt mit diesen Videos will ich einen nächsten Schritt machen, es ist eine kleine Herausforderung für mich, solche Videos auf Deutsch zu machen. So, Sprachen, Sprachen lernen und wenn man Deutsch lernt, das ist, das kann sehr wichtig, wirklich sehr schwierig sein, weil man muss alle Fälle kennenlernen, Geschlechter, ja, der, die, das, auch mein Gott, ja, auf Polnisch haben wir eine, seine, äh, seine Rede, wir, 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 wir sagen, dass, äh, Gdyby nie ten derdi das, toby byli Niemce znasz, was bedeutet, äh, wenn es, äh, keine derdi das, äh, gäbe, äh, dann wären wir Deutschen. Ja, Deutsch wäre es viel einfacher, ohne diese schönen Sachen, aber, aber, aber ich mag es, Deutsch gefällt mir sehr, ich finde diese Sprache so toll, so gut und ich will das besser lernen, besser kennen und dann vielleicht auch besser sprechen, so in der Sinne dann, dass ich alle Themen, die ich will, hier zum Beispiel mit meinen Videos über alle Themen sprechen kann. So, das ist hier eine Herausforderung für mich, ich will das öfter machen, etwas auf Deutsch hier, äh, veröffentlichen, äh, um mehrere Wörter zu benutzen. Wenn Sie das, äh, interessant finden, dann bitte geben Sie mir diesen, äh, Daumen oben, ja, sag mal, schreiben Sie mir etwas, äh, in den Kommentaren. Aber, so, die Idee hier, um ein Video auf Deutsch zu machen, kommt von, äh, von der Lektion mit Alexi, der, mein Lehrer, so, äh, er hat ein Projekt, er will eine, äh, eine Seite, einen Blog machen für Deutsch Lernende, mit Videos, mit Podcast und so weiter und so, äh, so fort. Und er sagt, naja, ich muss mich so gut vorbereitet sein und er hat keine Erfahrung, vielleicht, er hat einen, äh, YouTube Channel und mindestens in der Description werde ich, äh, einen Link geben, vielleicht, wenn es möglich ist, irgendwoher. Aber, äh, so, ich will jetzt sagen, Alexi macht das, das ist so eine tolle Idee, äh, wirklich, Mai, am meisten, die Materialien für Deutsch sind so seriös. Du bist ein toller, toller Kerl und ich, ich bin ganz sicher, dass deine Sachen, deine Videos werden super toll sein. Es muss nicht so professionell am Anfang sehen, äh, werden, äh, sein werden, so, das heißt, äh, ohne diese Spezialeffekten und, äh, ich hab Englisch auch vergessen, wie sagt man das auf Englisch? Special Effects. Ohne Special Effects, das ist auch gut. Und meine deutsche Lehrerin, die auch super toll ist, und sie macht, äh, auch Videos auf Facebook, sie, sie wirklich arbeitet sehr, sehr hart, sehr, äh, um tolle, hm, tolle Materialien für Deutsch vorzubereiten und sie wirklich hat meiner Meinung nach einfach angefangen und sie ist sehr erfolgreich und macht tolle, tolle Sachen. Äh, sie heißt Martina, sie macht das für Polen, so, diese Materialien ganz oft, äh, benutzen Polnisch, um Deutsch zu, zu erklären, die deutsche Grammatik und so weiter und das finde ich auch toll und notwendig, aber wirklich, du hast hier eine Nische und viele Leute wollen Deutsch lernen und warten auf dich, warten auf deine Videos, so. So, so, das ist alles für diesen, äh, hier über dieses Thema. Alexi macht das. Und meine lieben Zuschauer, wenn, äh, wenn ihr diesen Videoformat mögen, dann schreiben sie mir einen Kommentar, äh, drücken die Daumen oben, aber wie sagt man das? Ich muss das, äh, finden. Wie sagt man das mit diesem Daumen, ja, oben, ja, ja, vielleicht. Wenn sie es mögen, dann, wenn ihr es mögen mögen, ach, das, das vergesse ich ständig. Ja, ich vergesse viele Sachen auf Deutsch, so, wenn ich, äh, ein Fehler, Fehler gemacht habe und, ja, ich bin sicher, dass ich viele Fehler gemacht habe, dann schreiben sie mir das auch in den Kommentaren. Und, ja, und das ist alles so. Vielen, vielen Dank und hoffentlich bis nächstes Mal. Tschüss. Musik Musik Musik